Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Commentary of the Game Cutie, heute mal wieder vom Lars. Und zwar heute ein ganz besonderes Thema, denn ich habe überlegt, wir wollen euch auf jeden Fall viel, viel mehr einbinden. Heute ist nämlich Mittwochabend und heute kam relativ viel, ich nenne es mal vorsichtig, Kritik, dass wir zu viel auf die Channel Checks oder jetzt noch zusätzlich neu mit den Promotions zu wenig Commentaries bringen und zu wenig Tipps und zu wenig dies und zu wenig das. Und da gab es viele Kommentare heute und auch Nachrichten. Die einen kamen halt positiv, dass wir das machen, das kam dann aber auch von den Channels, die davon profitieren. Aber von unseren normalen Zuschauern kam leider ziemlich viel Kritik und das wollen wir ändern. Dementsprechend haben wir jetzt vor, in diesem Commentary praktisch eine Plattform zu bieten, wo ihr jetzt in den Kommentaren diskutieren könnt, Vorschläge geben könnt. Und zwar habe ich überlegt, einerseits, wir nehmen gerne Gameplays, denn der Chris ist ja praktisch der Cop von TheGameCuty und er hat auch die HDP4R. Aber er hat sie sich in Anführungsstrichen leider mit einem Schulkameraden geteilt, der die im Moment leider nicht rausrücken will. Und dementsprechend können wir leider keine Videos machen im Moment. Und so haben wir halt nur die Gameplays, die wir im Moment da haben. Das wäre ein- oder zweimal Battlefield 3, was allerdings 20 Minuten geht und es ist echt verdammt hart zu kommentieren. Und mehrere kleine COD-Gameplays. Aber wir würden uns wünschen, wenn ihr uns noch Gameplays zur Verfügung stellt, möglicherweise auch nicht gelistet hochladet, wir werden euren Kanal auch dabei verlinken. Wir werden euch dann auch ein bisschen halt hervorheben. Da oben kommt dann schon Gas Gameplay. Dann kann unten der Link von eurem Kanal in die Videobeschreibung und und und. Wir werden euch benennen, dass ihr heute auch trotz selber profitiert. Und dann wünschen wir uns, dass ihr halt Gameplays gebt. Relativ viele, wenn es geht, dass wir ein bisschen mehr Möglichkeit haben, Abwechslung zu bringen. Und auf jeden Fall möchten wir, dass ihr in den Kommentaren jetzt mal eure Themen schreibt, was ihr gerne für Gameplays sehen wollt. Und auf jeden Fall welches Thema. Gibt Vorschläge, gibt Anstöße, gibt irgendwas, dass wir halt eine kleine Basis haben. Denn es wird jetzt vermutlich am Freitag ein Gameplay geben bei COD MP2 über das Thema Sucht. Und Sonntag vermutlich, also vermutlich Sonntag, kommt noch eins über die Todesstrafe. Und danach kommt halt wieder ein freier Rhythmus, denn Dienstag oder Mittwoch kommt halt auch an, wann der Chris wieder da ist oder vielleicht mache ich es auch, kommt noch ein Channel Check. Und danach wollen wir aber wieder normal mit den Commentaries weitermachen, dass wir euch halt auch wieder als Zuschauer ein bisschen einbeziehen und euch ein bisschen mehr Videomaterial liefern. Ich meine, deswegen habt ihr uns ja abonniert. Wir haben inzwischen fast 250 Abonnenten. Und die wollen wir natürlich auch halten und ausbauen und wir wollen euch unterhalten. Und ich habe überlegt, wir werden jetzt wahrscheinlich zumindest ungefähr zehn Promotions machen, äh, Promotions, äh, Channel Checks. Und die Promotions müssen wir mal schauen, vielleicht nur fünf, vielleicht zehn. Das werde ich mit Chris absprechen, wenn er wieder aus dem Urlaub da ist. Das ist nächste Woche Dienstag. Und bis dahin werden wir regelmäßig weiter die Channel Checks hochladen. Vermutlich mal bis zu zehn. Ich glaube, wir haben neun oder elf, neun, zehn, elf. Irgendwie sowas haben wir da an Kanälen, die vorgestellt werden wollen, wieso sie kritisiert werden wollen. Und wir überlegen uns da, dass wir vielleicht die Zehn zu Ende machen, weil wir haben es versprochen und was wir versprechen, ziehen wir durch. Und danach kommt nebenbei immer mal die Promotion. Aber das soll nicht der Haupt, äh, das primäre Videomaterial sein, sondern das soll nur nebenbei ein bisschen laufen, sodass wir neue Themen haben. Und deswegen, wie schon oft genug gesagt, in den Kommentaren jetzt bitte, 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 macht Vorschläge, schreibt's per PN, auf Facebook oder in die Kommentare, ist egal. Hauptsache, ihr, äh, zeigt euch, zeigt uns eure Wünsche. Wir versuchen das so dann bestmöglich, möglichst, ähm, umzusetzen. Und welches Gameplay es im Hintergrund war, weiß ich nicht, vielleicht gar keins, vielleicht nur ein Bild, vielleicht ne Montage, ist jetzt auch egal, denn es ging nur darum, dass wir eure Hilfe brauchen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.